Nein, da lang, da links. Ah ja, jetzt kann ich da wieder raus. Okay, ich kann da wieder raus. War da noch was? Nein, da war nichts mehr. Da habe ich schon alles getötet. Ausgezeichnet. Und ich muss wieder durch die Lava zurück. Und springen. Kriegt mir nicht so viel Schaden, glaube ich, nehme ich an. Oh mein. Was ist das für ein Schalter? Ah, da geht es wieder rauf. Tolle Idee. Fahren wir nochmal rauf. Yeah. Und fahren wir nochmal runter. Können wir nochmal machen, weil es so schön ist. Und sie erwarten uns. Zimmerdienst. Wir sind da. Sehr unfreundlicher Zimmerdienst. Das hier steige ich nie wieder ab. Auch nur Munition. Und der Ausgang. Nein. Sieht nicht aus wie ein Ausgang. Ach du. Also wirklich. Das Personal hier ist sehr unfreundlich. Hier buche ich nie wieder. Wirklich sehr unfreundlich. Töten die sich da gegenseitig? Wenn ja, dann sind sie jetzt tot. Und sie sind alle tot. Sehr unfreundliches Personal. Wirklich sehr unfreundlich. Und die Kunst hier zeigt mir auch nicht zu. Ehrlich. Gar nicht. Merkwürdige Bilder. Sehr merkwürdig. Aber wenigstens gibt es schöne Helme. Ein paar. Lalala. Exit. Nicht mal eine richtige Tür können sie hier leisten. Sehr lumpig. Sehr lumpig. Hm? Was ist da bloß 99 Kills? Da war noch nur einer? So ein Mist. Ich habe gedacht, ich schaff 100. Naja, man kann nicht alles haben. Boah, habe ich wieder lang gebraucht. Na, ist Absicht. Ich will nur ganz viele Videos machen. Deswegen brauche ich so lange wieder Runden. In Wirklichkeit brauche ich nur... Oh, oh. Oh, ich bin im korrupten Herz der City. Entgeben von meinen... Von den Körpern meiner Gegner. Oh, kein... Es gibt keinen Weg, sie zu vernichten. Kleinst du tief? Huh? Es muss die Weg, du klausest unsere Asserside. Äh... Es gibt keinen Weg, das Tor da zu schließen. Und nur von der anderen Seite... Also muss ich in die Hölle gehen. Oder bin ich in der Hölle? Nein, ich will in die Hölle. Nein, ich muss in die Hölle. Wäre vielleicht der passendere Ausdruck. Oder will ich in die Hölle? Das ist wieder relativ, ne? Man muss bewusst wie der Himmel aussieht. Und wo muss ich denn da jetzt durch? Red Key. Da. Brauche ich einen Blue Key. Und was brauche ich da? Die geht einfach nicht auf. Nein. So, dann gehen wir halt da lang. Oh, ich will herzlich begrüßt. Schnauze. Komm. Dich da oben. Komm. Komm ans Fenster. Halt ans Fenster. Hey, der war gar nicht zielsuchend. Oh, noch mehr von den Viechern. Ja, gut. Die anderen sind schlimmer. Helm. Helm setzen wir immer gern auf. Und ich sehe einen Red Key. Ah, die Wurmroh. Stirb schon. Und ich muss... Ach du Scheiße. Hoffentlich nicht springen. Und was ist das denn? Werde ich wohl den blauen Schlüssel benötigen? Ah. War ja klar, dass ich da jetzt reinfalle. Wer hat es nicht kommen sehen, dass ich da reinfalle? Und ich habe einen Reden Schlüssel. Oh, und ich sehe in der Superposition. Und euch töte ich aber auch noch. Komm. Ihr habt es nicht verdient, am Leben zu bleiben. War doch ganz einfach. Ich weiß gar nicht, wo das Problem sein soll. Oh, dass ich einen gelben Key brauche, um wieder rauszukommen vielleicht. Nein, unmöglich. Ich habe es eilig, aber nicht so eilig. Munition, Munition, Munition. Ist da noch irgendwas? Ist da irgendwas? Nein. Munition, noch mehr Munition. Die gehen nicht runter. Und wo komme ich da hin? Irgends. Wohin? Ich muss ja schreit da, ist das irgendwie... Hä? Wo kommst du denn jetzt her? Runterfahren. Also, wir wollen das da runterfahren. Und wir wollen da rauf. Wie auch immer ich da raufkomme, ich will da rauf. Okay. Das war jetzt reichlich unsynchron. Nein, da wollen wir nicht hin. Wir wollen... Da kommt noch lang, oder? Ja. Da wollen wir lang. Denke ich mal. Vielleicht. Och, was ist denn das? Hackfleisch. Äh, nein. Und dann... Da lang. Und den Helm mitnehmen. Och, und Grafikfehler nicht. Ab. Grafikfehler. Ja, genießt sie. Bislang sie noch da sind. Ach. Und noch ein letzter, muss ich immer noch irgendwo verstecken. Äh, Blue Key. Was macht der Schalter? Keine Ahnung. Macht irgendwas. Und wir sind irgendwo, wo wir noch nicht waren. Glaube ich. Waren wir da schon? Nein, da war noch nicht. Komme ich nicht dran. Schade. Aber den Helm können wir mitnehmen. Ha, ha, ha. Ah, ich sehe euch. Und kann euch erschießen. Ihr mich aber nicht. Ha, ha. Ha, ha. Da guckt er dumm, wa? Okay, wir nehmen mit den Helm. Helm, 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 Helm. Raketen. Raketen. Raketen, Raketen, Raketen. Äh. Die wurden auch noch. Nur wie komme ich da ran? Megasphere. Vollbeschiss. Hm. Oh, komm. Hinter mich stellen. Ja, das ist so gemein. So, und nu wollen wir, nu wollen wir, nu wollen wir, nu wollen wir nochmal dahinter. Also das aufnehmen, dann. Oder habe ich das jetzt aufgenommen? Ist doch Schwachsinn. Ich mache Schwachsinnige Sachen. Mal wieder. Ja, ja, ich kriege sie schon noch da oben, du. Dann wollen wir den Schalter umlegen. Und sind jetzt da oben. Yeah. Toll. Also nochmal dahinter laufen. Nicht da reinlaufen. Da rein. Dann darum. Helm mitnehmen. Munition. Dann darum. Na, die gelbe Kika, die holen wir uns nachher erst. Oder holen wir es uns jetzt? Nachher. Ich trau' den Spiel zu, dass wir da nicht mehr wieder herkommen. Hm. Supercharge. Irgendwie verschwendet. Plasma gone. Ja. Und teilweise. Unsichtbarkeit, ja. Teilweise. Hm. Ihr mich auch. Ihr mich auch. Ich will ganz egal unsichtbar sein. Sonst lohnt sich das doch nicht. Also nochmal dahinter. Da, nein. Dann dahinter. Und... Das ist kein Teleporter? Toll. Ich hab gedacht, das ist ein Teleporter. Der hat mich wieder an den Anfang oder so teleportiert. So ein Mist. Links. Rechts. Rechts. Ich entscheide mich für den rechten Weg. Hoffe ich. Okay. Das überrascht mich jetzt. Nein. Raketenwaffe. Hier sehen die mich jetzt oder sehen sie mich nicht? Das verwirrt mich leicht. Das heißt leicht. Das verwirrt mich total. Sie sehen mich. Und das ist mehr als deutlich. Komm. Ja. Hallo. Oh, ich bin wieder sichtbar. Fällt mir grad auf. Oh, komm. Ihr geht mir auf die Nerven. Ach, du Schande. Okay, wir gehen erstmal, wir gehen erstmal so rum. In die falsche Richtung geguckt, ja. Und wir nehmen wieder in der Kühnwaffe. Oh, da. Doch, sterne. Ich muss mich immer so schreckt.